Musik Kommt mit! Wir sind heute hier in Oberstdorf im Rappenalptal und gehen mit der Manfred-Kuhle-Stiftung auf Cleanup-Exkursion. Servus, ich bin die Katrin von der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen. Wir sind heute hier im Rappenalptal auf der Petersalpe hochgelaufen. Im Austausch einfach zwei Institutionen, die sich dem Behüten und Bewahren der heimischen Natur verschieben haben. Musik Also wir waren heute mit unserem Team an der Breitdach in Tiefenbach bei Oberstdorf und Bergs und haben die Cleanup-Dates von Patron unterstützt, um unsere Umwelt und unsere Natur sauber zu halten. Musik 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 Musik